Grüezi miteinander. Mein Name ist Roger Müller. Ich arbeite im Sicherheitsdienst für der Firma Alphaprotect AG. Ich nehme Sie gerne mit auf meinen Dienst. Jetzt sind wir auf dem Weg zu unserem Objekt. In diesem Fall ist es eine Sportanlage und dort müssen wir einerseits schauen, dass die Türen alle geschlossen sind, dass kein Litterring ist, also wenn möglich Litterring verhindern und schauen, dass keine Sachbeschädigungen stattgefunden haben oder klingt. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich hier bin, weil ich doch ein Handicap habe und an einer starken Räumeerkrankung leide. Die Alphaprotect AG und die Mitschaffen.ch hat mir die Möglichkeit gegeben, um in diesem Beruf Fuss zu fassen. Mitarbeitende in der Sicherheitsbranche mit einem Handicap ist für viele unvorstellbar. Auch wir bei der Alphaprotect AG waren beim Start des Projekts nicht sicher, ob das überhaupt machbar ist. Herr Müller ist aber das absolut beste Beispiel, dass diese Bedenken völlig unbegründet waren. Wir engagieren uns für Mitmenschen mit einem Handicap, weil es für uns wirtschaftlich sowie menschlich ein absoluter Gewinn ist. Es gibt noch viele Herren und Frau Müller mit Handicap und möchten, sagen ich habe meinen Traum Job gefunden. Dazu braucht es aber auch Arbeitgeber, die im Zusammenarbeit mit mitschaffen.ch einmal die Chance bietet. 1 3 4 Vielen Dank.